Wenn du, äh, wenn du zauberst... Aber hast du schon mal so einen gescheiten Kanten-India, aber hast du schon mal so einen geil-desalten Boss gewonnen? Ne, immer noch nie, noch nie. Da ist doch, kackt auch jedes andere From-Software-Game ab, der ist ja wohl wirklich mega krass gerade hier. Der ist ja wohl wirklich richtig krass, jetzt mal ohne Scheiß. Komplett Weltraum. Wie man auf so eine Scheiße kommt, ne? Absolut unfassbar, Alter. Ja, weißt du was? Das ist das Problem, Alter. Ich... Ja. Ich weiß noch gar nicht, wie du das machst. Wenn er diese Nahkampf-Moves macht. Welchen? Wo er einfach 300 Mal zuhaut. Äh, voll weg sprinten. Ja, okay. Und dann warte ich drei Stäge ab und den vierten deutschen Stand in den Rhein und dann gebe ich ihn. Nein, was denn? Ich bin doch gedodged, Mann, du. Ey, du mein, leck mich am Arsch. Ja, meine Güte. Oh, Tobi, ich bin so schlecht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Er ist down. Nein, nein, kurz leise bitte. Ich bin auch ganz kurz davor gerade. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Haben wir den beim selben Try gemacht? Ey, ich bin der krasseste, wir sind die krassesten Dieben überhaupt. Ey. Sag kurz leise, sag kurz leise, sag kurz leise. Ich bin der krasseste.